Hallo, ich bin der Christoph von Gigant Verpackungstechnik. Ich möchte Ihnen heute einen ganz speziellen Karton zeigen. So einen ähnlichen habe ich Ihnen schon einmal gezeigt, aber der hat den Vorteil, er ist innen bedruckt. Das heißt, möglicherweise möchten Sie zu Ihren Kunden Pakete schicken, die von außen nicht sofort erkennbar sein sollen. Das erfüllt der. Ich habe da Kopfhörer. Auch hier ist wieder das Füllmaterial integriert im Karton. Das heißt, das Produkt kann nicht mehr verrutschen. Jetzt ziehen wir den Streifen ab. Perfektes Ergebnis. Wenn Ihre Kunden das Paket dann zu Hause aufmachen, dann sieht er sofort Ihr Logo und alle Daten, die Sie vermitteln möchten. Sollte der Kunde wieder erwarten, das Paket zurückschicken wollen, weil er sich vertan hat etc., kann er das auch wieder verschließen, weil wir haben noch eine zweite Klebestelle hier. Und das Paket ist wieder perfekt verpackt. Wenn Sie da Fragen haben, rufen Sie uns ganz einfach an, schreiben Sie es in die Kommentare, gehen Sie auf unsere Homepage und wir kümmern uns darum. Ihr Gigant-Team.